Eine ballaststoffreiche Ernährung bringt viele gesundheitliche Vorteile mit sich. So spielen sie etwa bei der Prävention verschiedener Krankheiten und bei einer guten Darmgesundheit eine Rolle. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt als Richtwert eine tägliche Aufnahme von 30 Gramm Ballaststoffen. Diesen Wert erreichen allerdings fast drei Viertel der Deutschen nicht. In welchen Lebensmitteln viele Ballaststoffe vorhanden sind, zeige ich dir jetzt. Nummer 1. Brot und Mehl Eine sehr gute Ballaststoffquelle ist Brot, gerade da es in Deutschland sehr viel verzehrt wird. Besonders Vollkornbrot enthält viele Ballaststoffe. Weizenvollkornbrot enthält etwa 8 Gramm pro 100 Gramm. Zum Vergleich, Weizenbrötchen enthalten nur ca. 3,4 Gramm pro 100 Gramm. Weizenvollkornmehl enthält 10 Gramm und Roggenvollkornmehl 13,5 Gramm auf 100 Gramm. Nummer 2. Hülsenfrüchte Wunderbare Ballaststofflieferanten sind auch Linsen, Küchererbsen, Bohnen und Erbsen. Laut DGE liefern 100 Gramm Hülsenfrüchte durchschnittlich über 7 Gramm Ballaststoffe. Nummer 3. Nüsse Perfekt als ballaststoffreicher Snack zwischendurch eignen sich Nüsse. Mandeln enthalten fast 10 Gramm auf 100 Gramm, Haselnüsse 7,4 Gramm. Nummer 4. Vollkornnudeln Auch durch das Ersetzen von normalen Nudeln durch Vollkornnudeln kann man seine Ballaststoffaufnahme gut erhöhen. Während 100 Gramm normale Nudeln nur ca. 3 Gramm Ballaststoffe enthalten, sind in Vollkornnudeln ungefähr 6,5 Gramm enthalten. Nummer 5. Gemüse Auch Gemüse liefert reichlich Ballaststoffe, vor allem wenn man die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen 400 Gramm täglich zu sich nimmt. Einige Beispiele sind etwa grüne Paprika mit 2 Gramm, Blumenkohl und Möhren mit 2,9 Gramm oder Rosenkohl mit 4,4 Gramm auf 100 Gramm. Andere Gemüsesorten, die viel Wasser enthalten, wie z.B. Zucchini oder Gurken, enthalten wenige. Nummer 6. Obst Viele Obstsorten liefern ebenfalls gute Mengen an Ballaststoffen, so z.B. Erdbeeren mit 2 Gramm, Äpfel mit 2,3 Gramm oder Birnen mit 2,8 Gramm auf 100 Gramm. Wie du siehst, sind Ballaststoffe in vielen Lebensmitteln vorhanden. Merken solltest du dir, dass Ballaststoffe vor allem in Obst, Gemüse und Getreide vorkommen. Um genügend Ballaststoffe zu dir zu nehmen, musst du nichts nachzählen oder ausrechnen, sondern dein Bedarf sollte gedeckt sein, wenn du täglich 5 Portionen Obst und Gemüse zu dir nimmst und Vollkornprodukte verzehrst. In der Beschreibung habe ich dir Linsen und Vollkornnudeln verlinkt, die bestens dafür geeignet sind, deine Ballaststoffaufnahme zu erhöhen. Wenn du hier klickst, kommst du zu meinem Video über einen Ernährungsfehler, den 9 von 10 Personen machen. Abonnier den Kanal, um keine Videos zum Thema Ernährung mehr zu verpassen.